Wir wollen die Wirtschaftskraft in der Oberpfalz nachhaltig fördern. Wir haben zum Glück sehr viel produzierendes Gewerbe bei uns und dort ist es so, wenn sich jemand bewirbt, auf eine Führungsstelle zum Beispiel, kann natürlich nur einer berücksichtigt werden. Und die anderen, die zunächst der Absage erhalten haben, sollen ja für die Oberpfalz nicht verloren gehen. Und deswegen ist es gut, in einem Talentpool sozusagen dafür zu sorgen, dass auch andere Unternehmer, die zunächst abgelehnten Spitzenkräfte akquirieren können. Der Talentpool ermöglicht einem Netzwerk von Unternehmen, gute Bewerber untereinander weiter zu empfehlen, so dass die Unternehmen nicht so lange suchen müssen und die Kandidaten schneller vermittelt werden. 45 Sekunden dauert es, einen Kandidaten auf Cleverheads einzuladen. 45 Sekunden Investment, um einen guten Kandidaten in der Region zu halten. Und dieser Kandidat wird lebenslang über sich schwärmen, denn sie haben ihm den Job in der Region vermittelt. Mit dem Talentpool erreichen wir es, dass nicht nur Unternehmen Vorteile haben im Hinblick auf die Fachkräftegewinnung, sondern auch unsere Kommunen und die gesamte Oberpfalz sich darstellt, als eine Region, die um junge, qualifizierte Fachkräfte wirbt. Ein Unternehmen, das Bewerber empfiehlt, kann eine Empfehlungsprämie verdienen in dem Moment, wo der Kandidat in einem anderen Unternehmen eingestellt wird. Das heißt, der Kandidat kriegt woanders einen Arbeitsvertrag und das Unternehmen, das empfohlen hat, das bekommt eine Empfehlungsprämie, die zwischen 500 und 3000 Euro liegt. Der Talentpool sichert letztendlich auch den Erfolg im Wettbewerb der Regionen und erhöht dadurch auch die Wirtschaftskraft der Oberpfalz.